Herzlich Willkommen zum Diskussionsdienstag. Im Angebot habe ich Fotografien, Designobjekte, Installationen und Performancekunst. Bin gerne per Du, also kannst du dich mit mir über meine Kunstwerke unterhalten. Und zwar gerne darüber ordentlich diskutieren. Fragen, Blitze aufwerfen, Blitze, Fragen, Fragen, Blitze, Blitze, Fragen. Blitze, 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 Blitze. Blitze zu je einem Kunstwerk von mir. Alles zusammen im Atelier sicher. Die Dienstagsdiskussion. Immer von 16.30 bis 18.30. Binzstraße 36a In Pankow, Berlin Dann klingelst du bei Baden Und bitte ein Fotoapparat mitbringen Oder irgendwas anderes, wo du deine Kunstwerkinformationen mit einfangen kannst Der vorletzte Klingelknopf ist es Willst du noch mehr wissen? Dann klick einfach unter danielbaden.de Herzliche Einladung auch zu meinem YouTube-Kanal Für weitere Sounds und Infos zu meiner wachsenden Kunstausstellung sicher Gib einfach Daniel Baden und sicher oder safe ein Ich freue mich auf dich Ich freue mich auf dich Sicher